Sul Sul, hallo zusammen, willkommen zu einem ganz, ganz kurzen Informationsvideo. Danke an der Stelle an eine Zuschauerin, die mich darauf aufmerksam gemacht hat, denn Grant Rodiak hat eine Abstimmung gepostet auf Twitter für die EA Play Messe. Viele fragen ja EA immer wieder nach einer Farming-Erweiterung, nach einer Bauernhof-Erweiterung und er wollte jetzt wissen, was einem am meisten, was einem am wichtigsten ist als Inhalt. Und man hatte jetzt zwei Tage Zeit abzustimmen, ich habe es jetzt leider erst gesehen, ihr habt jetzt noch ungefähr eine halbe Stunde, wenn das Video draußen ist, jetzt sind es noch 38 Minuten, also wenn das Video da ist, auf unserem Kanal noch ungefähr 30 Minuten. Pferde sind aktuell knapp for living of the grid, ein Leben an der, am Abgrund quasi. Die Pferde sind gerade ganz, ganz knapp auf Platz 2, momentan sind hier Kühe, Schweine und Hühner und sowas auf Platz 1, aber ihr könnt noch abstimmen für die nächsten letzten Minuten. Wichtig dafür ist, ihr braucht einen Twitter-Account, ohne Twitter-Account geht es nicht. Ich werde euch den direkten Link zur Umfrage noch reinposten in die Videobeschreibung, dass ihr da gar nicht lange nach suchen müsst und auch mal noch in den obersten Kommentar unter diesem Video. Ich denke nicht, dass die Pferde noch auf Platz 1 kommen werden, aber wenn sie noch ein paar mehr Stimmen bekommen, steigt denke ich auch unsere Chance darauf, dass Pferde noch ins Spiel kommen könnten. Generell finde ich es cool, dass Electronic Arts wieder an einem Bauernhof, an einem Farmpack überlegt. Das finde ich auf jeden Fall schon mal spitze. Schreibt doch mal in die Kommentare, was meint ihr denn dazu? Übrigens noch eine kurze Info, nächste Woche gibt es ja das neue Pack, das Jahreszeiten-Pack und ab Mittwoch geht es dann mit dem Let's Play wieder los in Sims 4. Also nicht verpassen und stimmt noch schnell ab, wenn ihr einen Twitter-Account habt. 6. 5. 11. 15. Vielen Dank.